Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 26.600 US-Dollar. Wir haben mein C-Level grundsätzlich erreicht. Werde ich jetzt gleich nochmal darauf eingehen, warum ich noch in keinem Trade bin. Ich werde gleich nochmal eine Erklärung dazu geben. Es hat seine Gründe, weil es mich gestern einfach komplett angekotzt hat, was da im Endeffekt passiert ist. Aber gut, muss man mit leben. Auf jeden Fall, das C-Level wurde jetzt erst einmal erreicht. Wir werden auch nochmal einen kurzen Blick auf die Stockmärkte machen und auf den US-Dollar. Weil sich da auch einiges getan hat. Weniger jetzt heute noch Ethereum und so, weil da ist momentan einfach nichts los. Bitcoin, Stockmärkte und die XY nochmal ganz kurz angucken. Newstechnisch steht heute gar nichts an. Ich glaube Verfallsdatum ist heute glaube ich noch irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt alles erstmal nicht so wichtig. Wir gehen nochmal auf die News von gestern ein bisschen ein. Und ja, damit würde ich sagen, verlieren wir nicht zu viel Zeit. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne schon mal ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale etc. pp. kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und weil ich schon gefragt wurde, die Bingings-Aktion läuft natürlich weiterhin. Ihr müsst euch im Endeffekt nur registrieren. 100 USDT einzahlen. Und dann kriegt ihr innerhalb von 7 Tagen ein 20 und 30 USDT Trade for free. Ihr müsst nichts vorher traden oder sonst was, weil die Frage jetzt schon aufkam gestern. Einfach nur 100 USDT einzahlen. Die müsst ihr aber nicht verwenden. Ihr kriegt dann im Endeffekt die Free Trades. Also auch hierzu. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Meldet euch gerne an. So. Und damit gehen wir in die Analyse rein, die ich ja gerade schon angesprochen habe, mich gestern ziemlich fett angekotzt hat. So. Es ging im Endeffekt darum, ich habe ja schon seit, naja, waren wir hier, 31. August in ungefähr zweieinhalb Wochen, habe ich ja angesprochen, ey Leute, so die 26.8, 27.2, das ist so meine Zielmarke. So. Dann war gestern eigentlich auch der Plan 26.8 rum, diese Position aufzumachen. Und dann habe ich gestern schon in die Telegram-Gruppe, in die Signalgruppe gepostet, wenn deine Order bei 26.800 USD liegt und die Börse nicht richtig will. Wir sind nämlich genau auf 26.799,99 Cent gegangen. Hat mich ein bisschen angekotzt, deshalb dann erst einmal nichts. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich gehe ungern in Positionen rein, wenn im Endeffekt die erste Posi knapp nicht abgeholt wurde. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nicht mehr in diese Position rein, auch wenn wir in 4 Stunden Chart jetzt hier die Ineffizienz eigentlich perfekt gefüllt haben, bis auf diesen einen Cent dann damals. Wir hatten dann nochmal einen Peak auf 26.862, daraufhin den Abverkauf in Richtung 26.445. Wäre auch so grob der erste Take Profit gewesen, deswegen habe ich mich jetzt erstmal dazu entschieden, nicht in diese Position reinzugehen. Ich schaue mir das jetzt alles nochmal ganz genau an. Im 1-Stunden-Timeframe haben wir so eine leichte Bearish Divergence. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir eben im Endeffekt nochmal hier kurzfristig auf jeden Fall hochkommen. Deswegen habe ich weiterhin grundsätzlich diese Short-Position im Blick, tendiere aber momentan eher so in dem Bereich der 27k. Das hat diesen Aspekt. Ihr seht hier haben wir noch so eine kleine Ineffizienz auf dem 1-Stunden-Timeframe und das wäre jetzt so der nächste Short-Bereich. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich bei 26.999,99 Cent reingehen. Ich glaube, man kann gar keine Komma stellen, glaube ich, machen, aber egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal so der nächste Plan mit einem Stop-Loss sehr, sehr wahrscheinlich über unserem letzten Wick hier oben. Es sind 2,26%. Das heißt, wir werden diese Position sehr wahrscheinlich nochmal aufteilen. Das heißt, der erste Entry wird hier bei 27k liegen und der zweite wahrscheinlich hier bei 27,3, damit wir hier so auf ungefähr 1,5% Risk kommen. Damit kann ich leben. 2,5% ist mir dann ehrlich gesagt doch ein bisschen zu viel. Aber das ist eben das Problem an der ganzen Sache. Wir müssen diesen Wick hier drüben einfach noch abdecken. Diesen Docht mit, ich sage jetzt mal, humanem Volumen, also da liegt nicht wirklich viel Volumen an, bei diesem Bereich müssten wir meiner Meinung nach auf jeden Fall abdecken, um hier ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Deswegen sehr, sehr wahrscheinlich zwei Entries. 27k, also ganz, ganz kurz vor 27k und dann wahrscheinlich 27,3, 27,4, je nachdem, wo wir dann im Endeffekt den Stop-Loss dann legen. Also daran hat sich grundsätzlich nichts geändert an diesem Plan, dass ich hier weiterhin Short eingestellt bin. Auch die Bewegung hier runter in Richtung 25,5, 25,6, auch diese Bewegung bleibt erst einmal gleich. Natürlich müssen wir dann hier das FIP-Level dann dementsprechend anpassen, sollten wir jetzt hier wirklich Richtung 27k gehen, würde sich aber jetzt, sage ich mal, grob am Golden Pocket jetzt nicht unbedingt viel verändern. Wir würden trotzdem so bei 25,6, 25,5 landen grundsätzlich und das ist dann auch erst einmal der Plan, bis wir dann möglicherweise sogar Richtung 28.000 US-Dollar steigen könnten. Was mich gestern sehr gewundert hat, waren natürlich einerseits, wir hatten gestern einige News gehabt nochmal, schauen wir uns nochmal ganz kurz drüber, was ist da geschehen. Wir hatten die Erzeugerpreise, die human waren, aber auch angestiegen sind wiederum die Ersternträge Arbeitslosenhilfe, auf hohem Niveau, aber auch niedriger als erwartet, Folgeanträge auch ein bisschen niedriger. Wie gesagt, die Erzeugerpreise sind halt ein bisschen gestiegen, war sogar ein bisschen hier höher, hier sieht man das Erzeugerpreise im Monat 0,7, 0,4 war prognostiziert. Die Daten sind nicht sonderlich gut und auch der Euro, das heißt die EZB hat gestern ihre Zinsen wieder erwartet, erhöht, obwohl die Prognose war, man behält die Zinsen gleich. Natürlich hat man hier etwas aufzuholen gegenüber den USA, das ist alles schön und gut. Wenn wir uns jetzt aber mal den Euro angucken, auch gegenüber dem US-Dollar, ist da gestern ordentlich unter Druck gekommen. Ihr seht hier meine Position, die offen ist, momentan leicht im Minus auf jeden Fall. Ich rechne trotzdem hier und das war ja unser Mindestding, wo wir im Wochenausblick drüber gesprochen haben, also sehr, sehr interessant, wir haben unser Mindestziel hier unten erreicht, diese 1,063 Euro, das heißt wir haben diesen Peak hier unten abgefischt und von hier jetzt auch erstmal eine Trendwende. Werde aber auch hier zwischen, bevor wir hier die erste Ineffizienz schließen, bei 1,071 den ersten Take Profit nehmen. Also im Endeffekt für alle, die hier noch rein wollen, ihr habt einen besseren Entry als ich sehr wahrscheinlich. Grundsätzlich Zinsen steigen, Euro müsste damit einen Wert gewinnen. Gestern kam dann dieser dramatische Abverkauf. So, dann haben wir einen DXY, der jetzt auch unseren Zielbereich komplett abgeholt hat. Das war ja unser Zielbereich hier oben. Perfekt, also auch hier rechne ich jetzt erst einmal mit einer Korrektur, würde dafür sprechen, Euro erholt sich erst einmal. Und wenn wir uns da noch die Börsen angucken, jetzt auch vor allem mal den Nasdaq Futures, auch hier sind wir jetzt in den Widerstandsbereich angekommen. Der Dow Jones auch in ziemlich krassen Widerstandsbereich jetzt eigentlich. Ich glaube, ich bin jetzt im falschen Chart, aber egal. Weil da sind wir deutlich, deutlich höher jetzt mittlerweile schon. Also mir gefällt diese ganze Sache. Ach nee, ich bin gerade beim DAX. Sorry, Dow Jones. So, hier Widerstandsbereich angekommen. Also theoretisch gehe ich momentan davon aus, dass alles heute theoretisch komplett runterkrachen müsste, meiner Meinung nach. Und deswegen auch Bitcoin. Ich hoffe, Bitcoin holt diese Short Order noch. Aber ansonsten bin ich hier absolut bearish eingestellt. Daran hat sich nichts geändert. Diese ganze Bewegung, wir hatten gestern Dollar steigt, Stocks steigen, Bitcoin steigt. Also es ist alles irgendwie, ist ein bisschen komisch, meiner Meinung nach, was hier derzeit abläuft. Aber gut, was müssen wir machen? Im Endeffekt ist das jetzt erstmal so ein bisschen die Prognose. Ich bin auch beim Dow Jones das erste Mal Short gegangen. Mir gefällt diese ganze Euphorie, die hier momentan läuft, auch beim SPX. Wir haben jetzt die Ineffizienz, dieses Loch hier geschlossen. Auch hier bin ich wieder Short gegangen. Mir gefällt einfach momentan der ganze Markt nicht. Es ist komplett surreal, was hier abläuft. Und für alle, die Gold traden, wir haben ja gesagt, erster Tech Profit 1916 wurde jetzt erreicht im Livestream. Also da bin ich jetzt auf Stop-Loss Entry. Ich weiß nicht, wer der hat alles mitgenommen, aber wo wir live waren, waren glaube ich 50 Leute oder 60 Leute mit live dabei. Diesen Trade werde ich jetzt auf Stop-Loss Entry setzen und erst einmal Profite nehmen. Das ist jetzt erstmal so grob der Plan, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, den zweiten Entry legen wir hier auf 1900 und wir waren auf 1899. Das heißt, wir haben hier einen relativ guten Entry von 1905, Position gut und plus, deswegen Profite nehmen. So, und mehr gibt es eigentlich derzeit nicht zu sagen. Ethereum brauche ich jetzt nicht eingehen, tut sich nichts. Das sollte jetzt einfach mal so ein kompletter Marktüberblick jetzt nochmal für euch werden. Wie sind jetzt die Positionen, wie ist so ein bisschen der Fahrplan? Und ja, mehr gibt es eigentlich derzeit nicht zu sagen. Warten wir jetzt einfach mal ab. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns die zweite Position hier oben noch im Endeffekt holen werden. Und dann schauen wir auf jeden Fall weiter. So, und damit war es das für heutige Video. Später kommt auf jeden Fall noch das XRP-Video, wahrscheinlich so um 12 Uhr, 12.30 Uhr. Könnt ihr euch darauf freuen. Und ansonsten, es ist Freitag. Ich wünsche euch schon mal einen guten Start in das Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bin gespannt auf den heutigen Tag. Telegram-Signal und Talk-Gruppe abchecken, kommt da gerne rein. Und ansonsten, Like, Abo dalassen und einen Kommentar. Natürlich auch gerne einen Kommentar dalassen. Das war es von mir. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.